Grüß Gott, mein Name ist Dr. Gertraud Pflügel. Das ist der Kanal Pro Sankter Ekklesia und heute möchte ich Ihnen vorstellen eine Persönlichkeit, aus der man historisch zurückverfolgen kann, wie die Freimaurerei in die Kirche eingedrungen ist. Man kann das ziemlich Schritt für Schritt nachverfolgen, denn die erste Persönlichkeit der Freimaurerei, die in die höchsten Ränge der Kirche eingedrungen ist, war ein Adeliger aus Sizilien und von dieser Persönlichkeit ausgehend hat sich dann das Virus der Freimaurerei, dieser liberal-modernistischen, antikirchlichen Philosophie auf der höchsten Ebene des Vatikan eingenistet und ausgebreitet. Und von da an waren die Päpste nicht mehr frei von diesem Einfluss des Modernismus. Diese Persönlichkeit war Kardinal Mariano Rampolla Marchese del Tindaro. Marchese bedeutet übersetzt Markgraf. Er stammte also aus einem adeligen Geschlecht in Sizilien, wurde geboren am 17. August 1843 und er starb am 16. Dezember 1913 in Rom. Er war von Kindheit an für den geistlichen Stand bestimmt, so liest man in den Unterlagen, in den Informationen. Ich möchte mich hier auch beziehen auf die Ausführungen von Dr. Gregorius Hesse. Man kann diese auch nachhören auf YouTube unter dem Kanal Marcellus. Ich habe da besonders ein Video oder ein Audio eigentlich im Sinn, das den Titel trägt, die Zerstörung der Kirche von innen und außen. Da habe ich einige Informationen bezogen. Und dann auch aus dem Internet, einfach von Wikipedia über die Papstwahl, was dann hier alles Eingang finden wird in diesem Vortrag. Und zuletzt auch wieder Christus Winzid vom Weihbischof Athanasius Schneider. In Italien haben die Freimaurer nicht den Namen Maurer getragen im 19. Jahrhundert, sondern hier waren es die Carbonari. Also sie haben sich nicht aus dem Berufsstand der Maurer her verstanden, sondern aus dem Berufsstand der Köhler, was eben übersetzt, bedeutet Carbonari. Und unter den Carbonari gab es eine Loge, die nannte sich Alta Vendita. Das bedeutet übersetzt noble Rache. Und von dieser Loge ist uns bekannt ein Dokument, die sogenannte ständige Anweisung, die ich schon vorgelesen habe in einem früheren Video, wo die Rede von einem Papst ist, der wie die Freimaurer denkt. Und das war das Ziel der Freimaurerei vom frühen 19. Jahrhundert an. Ganz erklärt, die ständige Anweisung stammt meines Wissens aus dem Jahre 1829. Also schon sehr früh hat man darauf hingearbeitet. Und der erste wesentliche Schritt zur Verwirklichung dieser Absichten und Pläne wurde getan im Jahre 1887, als Papst Leo XIII. einer der fähigsten, erleuchtetsten und intelligentesten Päpste der letzten Jahrhunderte. Und ein heiligmäßiger Papst ist anzunehmen. Also einer der besten Päpste hat sich genau diesen Mann ausgesucht und ihn zum Kardinalstaatssekretär gemacht. Mariano Rampolla. Er hat es offensichtlich verstanden, sich einen Mantel umzulegen, einen Anschein zu geben, der viele in die Irre geführt hat. Und so eben auch Papst Leo XIII. Mariano Rampolla war offensichtlich ein Wolf im Schafspelz. Er hat das sehr geschickt gemacht. Er galt als überaus fromm und das kann man sogar nachlesen in den Dokumenten oder in Verlautbarungen der Kirche um das Jahr 1900. Also das war weithin bekannt, dass er als sehr fromm gegolten hat. Mariano Rampolla wurde 1866 zum Priester geweiht. Er war auf dem Seminar, auf dem Collegio Capranica. Dort ließ er sich zum Priester ausbilden. Dieses Kollege unterstand direkt dem Kardinalstaatssekretär, also dem Sekretär des Papstes, seiner Leitung. Und von diesem Kollege hervorgegangen wurde er zum Priestergeweiht 1866. Und dann kam er bald in den diplomatischen Dienst, da er das Kirchenrecht studiert hat. Er war in der Nunziatur in Spanien in den 70er Jahren, also 1870 herum. Und etwas später dann, bald darauf, wurde er auch dann nach Spanien als Nunzius selber wieder entsandt von 1882 bis 1887. Das war schon unter Leo XIII. Also Leo XIII. hat ihm offensichtlich wirklich das Vertrauen geschenkt. Und Kardinal Rampolla war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten des Vatikan im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Er war also wirklich kein Unbedeutender. Er hatte großen Einfluss und er war auch bald schon bekannt für seine liberale Politik. Und trotzdem galt er als sehr fromm und trotzdem wurde er von Papst Leo XIII. zum Staatssekretär auserkoren. Man kann das später, also aus allem im Nachhinein, nicht leicht wahrscheinlich rekonstruieren. Es gibt dort und da die Quellen, aber den wirklichen Einblick, ich kann es nicht von mir behaupten. Ich stütze mich auf Unterlagen, auf Dokumente, auf Aussagen und wir können nur so versuchen zu rekonstruieren. Auf jeden Fall war er ein Hochgrad Mitglied der Freimaurerei. Es gibt Aussagen auch von Menschen, die das nicht so sicher annehmen. Zum Beispiel Weihbischof Schneider, da komme ich dann noch drauf in seinem Buch. Er sagt, er kann es nicht sagen, ob er Modernist oder ob er Freimaurer war. Weihbischof Schneider sagt, er war auf jeden Fall liberal in der Politik. So viel konnte er, kann er sagen. Aber ich behaupte aufgrund des Vortrags von Dr. Gregorius Hesse, dass er mit Sicherheit auch Freimaurer gewesen war. So ähnlich wird es auch gesagt in dem Buch Deine Tage sind gezählt. Das war um 1990, wo dieses Buch herausgekommen ist vom Werk der kleinen Seelen. Und dort gibt es auch einen Bericht über Rampolla und die beinahe Wahl zum Papst. Und dort wird auch gesagt, dass es Unterlagen gegeben hat, die man bei ihm gefunden hat nach seinem Tod, die eindeutig darauf hinweisen, dass er der Freimaurerei angehörte. Und zwar der Loge oder dem Ordo Templi Orientis. Das war diese Gemeinschaft, diese Sekte, der er angehört hat. In der Freimaurerei gibt es ja viele lose untereinander verbundene verschiedene Gruppierungen. Und dieser Ordo Templi Orientis hat eine mehr mystizistische Ausrichtung. Ich lasse es aber dabei stehen. Ich möchte Ihnen dann nicht viel mehr zumuten. Es genügt, wenn wir wissen, dass er Freimaurer war. Und er war der Meister vom Stuhl in seiner eigenen Loge. Also Dr. Gregorius Hesse ist da ganz überzeugt in seinem Vortrag. Er war Hochgradmitglied. Und eben Rampolla hat sich sehr geschickt verhalten. Er war berühmt für seine Frömmigkeit. Und Rampolla war in dieser Position als Kardinalstaatssekretär sehr mit großem Einfluss natürlich ausgestattet. Er war die rechte Hand des Papstes. Er hat seine Agenten vertreten und umgesetzt. Das heißt, geschaut, dass die Pläne, die Absichten, die Worte, die Anweisungen des Papstes dann auch wirklich durchgeführt werden in der Kirche. Er hatte politische Beziehungen, vor allem nach Spanien, nach Frankreich. Rampolla war wirklich keine, also eine bedeutende Persönlichkeit, sagen wir es im Positiven. Und er war eben der erste Vertreter der Freimaurerei in hoher Position. Also unmittelbar beim Heiligen Stuhl, unmittelbar beim Papst, direkt neben ihm an seiner Seite. Und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen etwas erzählen über die Papstwahl, wo es darum ging, 1903, Leo XIII. ist im Jahr 1903 im Alter von 93 Jahren gestorben. Und Kardinal Rampolla galt für viele als der natürliche Nachfolger, wie man auch heute noch sagt, als Papabile, der Kandidat mit den besten Aussichten, könnte man so formulieren. Ich bringe hier zuerst einmal ein paar Details von Dr. Gregorius Hesse vorab und dann diesen Bericht aus dem Internet. Gregorius Hesse hat nämlich ganz interessante persönliche Informationen für uns. Er sagt in seinem Vortrag, bei der Papstwahl hat Kaiser Franz Josef das Vetorecht genützt, das dem österreichischen Kaiser seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts möglich war, mit dem er eingreifen konnte. Das ist eigentlich ganz ungewöhnlich, dass ein weltlicher Herrscher in die Wahl eines Papstes eingreifen kann. Aber dieses Recht hat der Kaiser gehabt von Österreich seit dem, ungefähr seit dem Jahre 1604, also seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts. Und dieses Veto hat der Kaiser Franz Josef genützt, als Rampolla die meisten Stimmen hatte bei diesen Wahlgängen während des Konklaves. Der Kaiser hat sich nicht an den Kardinal von Österreich gewendet. Dem hat er offensichtlich nicht vertraut, sondern er hat den Kardinal von Krakau gebeten für den Fall des Falles, dass sich das Konklave so entwickeln sollte, dass Rampolla die meisten Stimmen bekommt, dass er dann das Veto einlegen soll im Namen des Kaisers von Österreich. Und der Kardinal von Polen hat das dann auch getan, als es soweit war, dass die meisten Stimmen auf Rampolla gefallen waren. Es war letztlich so, dass man alle waren entsetzt und empört wegen dieses Eingriff des Kaisers von Österreich. Aber es war klar, dass sie Rampolla nicht mehr wählen konnten. Also Rampolla war damit nicht einverstanden. Er hat protestiert und auch die einflussreichen Kardinäle bei dieser Wahl haben sich auch empört, aber sie konnten das nicht mehr ändern. Und dann kam es zu dieser Kompromisslösung, dass man Sarto, den Kardinal von Venedig, zum Papst gewählt hat. Und ja, das wollte ich Ihnen noch sagen in diesen Vorträgen von Dr. Hesse. Er erzählt dort, dass der Kaiser von Österreich sichere Informationen gehabt hat, und zwar vom Geheimdienst, dass Rampolla tatsächlich Freimaurer ist. Und Dr. Hesse hat das selber aus dem Mund von Kaiserin Zita vernommen. Kaiserin Zita hat ihm selber gesagt, dass der Kaiser von Österreich sichere Informationen durch den Geheimdienst bekommen hat, vorliegen hatte, dass Rampolla ein Hochgradfreimaurer ist. Also er hat das ganz genau gewusst und dann hat er zielstrebig eingegriffen, um das zu verhindern. Und damit hat der Kaiser eigentlich die Zerstörung der Kirche, der katholischen Kirche um 60 Jahre hinausgeschoben, weil man nicht den Freimaurer gewählt hat als Papst, sondern einen heiligen Pius X. Und aus dem Internet habe ich etwas gefunden, wo man näher erfährt, die Umstände, die Ereignisse bei der Papstwahl. Leo XIII. ist mit 93 Jahren gestorben im Jahre 1903 und Rampolla galt vielen als natürlicher Nachfolger. Das Konklave, ihm gehörten 62 Kardinäle an. Man begann am 31. Juli 1903 mit der Wahl. Die erforderliche Mehrheit war bei 42, also zwei Drittel der Stimmen musste der Nachfolger auf sich vereinigen. Von den 62 mussten also 42 für den neuen Papst stimmen, damit diese Wahl gültig ist. Und dadurch gibt es mehrere Wahlgänge, dann wird das ja, kristallisiert sich das sozusagen heraus. Beim ersten Wahlgang sieht man schon, wie er die meisten Stimmen auf sich konzentriert und dann wird der Wahlgang wiederholt, solange bis das ein Kandidat diese 42 Stimmen erreicht. Beim ersten Wahlgang hat der Rampolla schon 24 Stimmen. Im zweiten Wahlgang, am Abend des 1. August 1903, also gleich einen Tag darauf, hatte er bereits 29 Stimmen. Und dann ist der Bischof von Polen, von Krakau aufgetreten, aufgestanden, Kardinal Jan Puschina de Koscielsko oder so ähnlich, polnisch kann ich nicht gut. Auf jeden Fall ist er dann aufgestanden und hat im Namen des Kaisers von diesem Recht Gebrauch gemacht. Von diesem tradierten Recht als apostolischer König von Ungarn. Und er hat beansprucht, Kardinal Rampolla aus dem Kreis der Kandidaten auszuschließen. Also er hat die sogenannte Exklusive angewendet, eine Form des Vetos. In dem Sinn, Kardinal Rampolla von dieser Wahl auszuschließen. Die Kirche war mit diesem Vetorecht seit dem 17. Jahrhundert konfrontiert durch die katholischen Monarchen, aber sie war stets erbittert oder also sie war, die Kirche war keineswegs glücklich über dieses Vetorecht, dass katholische Monarchen sich einmischen konnten. Aber es war ein Recht, das bestanden hat. Und daher konnte man sich ihm nicht entziehen. Und wie dieser Kardinal aus Polen aufgestanden ist und verlautbart hat, denn im Auftrag des Kaisers Franz Josef, da haben sich einige, da haben sie protestiert. Allen voran Kardinal Rampolla. Er wollte das nicht akzeptieren. Und auch führende Vertreter des Kardinalskollegiums selber, der wählenden Kardinäle, allen voran die französischen Kardinäle. Die waren die stärksten Unterstützer von Rampolla. Die haben sich auf seine Seite gestellt und gesagt, das ist nicht in Ordnung. Sie haben protestiert gegen die Verlautbarung. Und doch hat man gewusst, es ist, man kann das nicht einfach leugnen, man kann das nicht ausklammern. Es steht im Raum. Beim dritten Wahlgang ist die Zahl der Stimmen für Rampolla sogar noch um eine weitere Stimme gewachsen. Aber es war nicht mehr möglich, ihn zu wählen. Das war klar. Und daher hat man dann auch sich umgeschaut nach einem Kompromisskandidaten. Man hat dann, die französischen Kardinäle haben dann Rampolla gebeten, er möge zurückziehen, er möge sich da zurückziehen. Es ist kein, man muss sich einen Kompromisskandidaten suchen. Also er muss den Weg frei machen für einen anderen. Und der Erzbischof von Mailand, Andrea Carlo Kardinal Ferrari, hat dann den Patriachen von Venedig präsentiert als diesen Kompromisskandidaten Giuseppe Sarto. Sarto hatte schon in den ersten Wahlgängen Stimmen erhalten. Im ersten Wahlgang fünf Stimmen, im zweiten zehn Stimmen und im dritten Wahlgang bereits 21 Stimmen. Und er hat dann gesagt, er hat die Kardinäle angefleht oder inständig gebeten, ihn nicht zu wählen, weil er sich dieses hohen Amtes unwürdig gesehen hat. Also Rampolla wollte eigentlich nicht den Rückzug antreten, er wollte Papst werden, er wollte das nicht akzeptieren, das Veto des Kaisers. Und der zukünftige Pius X. hat im Gegenteil dazu die Kardinäle alle inständig gebeten, ihn nicht zu wählen. Also auf der einen Seite, der Freimaurer wollte Papst werden und der Heilige wollte nicht Papst werden. Also die französischen Kardinäle haben dann auf Rampolla eingewirkt, er soll die Kandidatur zurückziehen, damit seine Unterstützer, also die Unterstützer von Kardinal Rampolla selber, einen für sie annehmbaren Kompromisskandidaten präsentieren könnten. Sie haben das auch getan, auch aus Taktik. Wie Sie haben gesehen, Rampolla kann nicht mehr gewählt werden, jetzt wollten sie einen für sie annehmbaren, also auch einen liberalen. Wenn es nicht der Rampolla ist, dann wenigstens einer, der ihm ähnlich ist. Der Kardinal Rampolla hat sich zuerst geweigert, eben seine Kandidatur aufzugeben. Er hat gesagt, dass das Konklave selber die Entscheidung finden muss und dass da eine Einmischung der kaiserlichen Interessen eigentlich nicht in Ordnung ist. Das Konklave muss seine Freiheit bewahren. Aber es war eben dann so, dass viele Kardinäle keine andere Möglichkeit gesehen haben, als für Sarto zu stimmen. Und er gab schließlich seinen Widerstand auf und wurde im siebten Wahlgang zum Papst gewählt. Also es gab sieben Wahlgänge, dann waren die 42 Stimmen, erforderlichen Stimmen für Sarto da und er nahm den Namen Pius X an. Es war dann der heilige Papst Pius X. Es ist ganz offenkundig und unbestritten, dass er ein Heiliger war. Das haben gleich die Mitglieder des Diplomatischen Chor gesehen, gleich nach seiner Wahl, als er ihnen vorgestellt wurde. Sie waren alle beeindruckt. Einfach nur beeindruckt. Und er hat ja als Kardinal von Venedig schon seine Fähigkeiten bewiesen, seine Gaben, sein Geschick, seine Frömmigkeit und seine, also auch seine politischen Fähigkeiten, seine Gabe wirklich eine ganze Diözese zu führen. Und mit diesem Veto hat der Kaiser, mit diesem Veto hat der Kaiser verhindert, dass ein Freimaurer mit seinem Veto, Kaiser Franz Josef, dass ein Freimaurer zum Papst gewählt wird und stattdessen wurde ein Heiliger auf den Thron, auf den Stuhl Petri erhoben. Und dieser Heilige, er hatte also viele Gaben des Geistes. Er hat klar die Irrtümer erkannt. Er hat klar gesehen den Weg, den die Kirche einschlagen muss. Er hat ja sein Schlagwort, oder sagen wir nicht Schlagwort, sein Programm verkündet. Ins taurare omnia in Christus, nach dem heiligen Paulus. Alles in Christus wiederherstellen. Und er hat aufs Entschiedenste den Modernismus verurteilt und bekämpft, der um sich gegriffen hat und überall schon eingedrungen ist, in die Seminare vor allem. Papst Pius X. Ja, das wollte ich noch sagen. Er hatte viele übernatürliche Gaben auch. Er hatte die Gabe der Herzensschau. Er hatte die Gabe der Heilung. Bei seinen Privataudienzen gab es immer wieder aufsehenerregende Heilungen. Von einem lahmen Jungen, von einer blinden Frau, von einem gelähmten Arm, ein Mann, der nicht mehr arbeiten konnte und viele solche Einzelheiten. Das ist alles nachzulesen in dem Buch von Dalgal über Pius X. Das ist wirklich zu empfehlen. Dieses Buch ist zusammengestellt aus seinem Heilig-, also Selig- und Heiligsprechungsprozess. Die gesamten Unterlagen sind da gesichtet worden und das wertvollste, interessanteste aus seinem ganzen Leben ist da in einer spannenden Biografie zusammengestellt. Eben auch diese Gaben, diese übernatürlichen Gaben, die der Papst dann gehabt hat. Und er hat von Jugend an so heiligmäßig gewirkt als Priester, als Kaplan schon. Er hat alles für die Armen gegeben. Er hatte sich für sich selber nur das Nötigste zum Leben zurückbehalten. Er hat alles immer hergeschenkt. Und schon wie er noch jung war, haben sie schon gesagt, die Bevölkerung, die Gemeinden, wo er war, Il Santo, Santo. Und auch die Kinder haben gesagt, bei der Privataudienz zum Beispiel, oder wenn sie den Papst gesehen haben, Jesus, die haben ihn mit Jesus angesprochen. Solche Dinge. Also der Papst hat etwas so stark Übernatürliches ausgestrahlt, die Gegenwart Christi ausgestrahlt, dass man sich, dass alle das irgendwie wahrgenommen haben. Und die Kinder, wie es halt so ist, haben diese Wahrheit einfach ausgesprochen in aller Öffentlichkeit. Also Papst Pius X war wirklich ein Geschenk. Er hat den Modernismus, der sich damals ausgebreitet hat, entlarvt mit seiner Enzyklika Passzendi vor allem im Jahr 1907. Er hat diese Irrlehre philosophisch, theologisch, theologisch und historisch, nach allen Seiten hin aufgedeckt und einfach wirklich entlarvt und aber leider nicht erledigt. Er hat es gezeigt, wie falsch es ist und dass der Modernismus eigentlich in den Atheismus führt. Er kommt her vom Protestantismus, das hat er alles ausgeführt in dieser Enzyklika. Und er endet im Atheismus, im Glaubensabfall. Das hat er hier ganz, klar nachgewiesen. Aber leider konnte er den Modernismus nicht unschädlich machen. Er hat ihn nur in den Untergrund getrieben und das hat der Papst selber auch schon vorausgesehen. Man hat ihm gesagt, ja, mit dieser wunderbaren Enzyklika hat er mit dem Modernismus aufgeräumt. Aber er selber hat gewusst, nein, das ist ihm nicht, das wird ihm nicht gelingen. Diese Heresie wird hartnäckig weiter arbeiten im Untergrund und sobald es geht, wieder stolz und frech das Haupt erheben und sich ausbreiten in der Kirche. Das Ziel des Modernismus ist, eine Spaltung in der Kirche hervorzurufen zwischen Progressisten und Konservativen. Das ist wirklich auch schon in der Enzyklika zu lesen, also schon viele Jahrzehnte, bevor dieser Bruch aufgetreten ist, wie es ja dann tatsächlich geschehen ist. Seit dem Zweiten Vatikanum ist dieser Bruch oder diese Uneinigkeit ganz offensichtlich. Da gibt es auf der einen Seite die Modernen, die Fortschrittlichen und auf der anderen Seite die Konservativen, die aber auch im Grunde modernistisch sind. Beide Gruppen haben sich von der Tradition weit entfernt. Und das hat Papst Pius X. alles schon vorausgesehen. Und es ist ganz eindeutig so, dass alle Päpste nach Pius X. unter dem Einfluss der Modernisten gestanden sind. Es war nicht mehr, sie konnten sich diesem Einfluss gar nicht mehr entziehen. Und da sind einfach die Fakten. Durch die Berufung des Freimaurers Rampolla auf den Posten des Kardinalstaatssekretärs ist einfach dieser Einfluss der Freimaurerei auf höchster Ebene hat er begonnen und ist nicht mehr aufzuhalten gewesen. Im Staatssekretariat gibt es meines Wissens einen ersten Sekretär, zweiten Sekretär. Es gibt viele Untersekretäre oder viele einfach Positionen in eine ganze Gruppe von Personen, die in diesem Sekretariat arbeiten, mit höherem Einfluss und dann mit geringerem. Aber es sind alles Personen, die dann von diesem Kardinalstaatssekretär, der dort der Chef ist, in diesem Büro ausgesucht werden und die er dann auch befördern kann, die er begünstigen kann und er hat damit einen sehr großen Einfluss. Er hat sich die Mitarbeiter ausgesucht und diejenigen, die ihm zu Gesicht gestanden sind oder die ihm eben aus irgendeinem Grund zu gefallen haben oder die förderungswürdig erschienen sind, hat er befördert. Und das sind, wie wir gleich hören werden, etliche wichtige Persönlichkeiten der Kirche. Nämlich die kommenden Päpste. Eine mehrere Päpste gleich, die dann nach Pius X den Thron Petri bestiegen haben, kommen aus diesem Sekretariat. Ist auch verständlich, der Kardinalstaatssekretär arbeitet an der Seite des Papstes. Er hat mit den Agenten des Papstes zu tun. Er ist in nächster Nähe. Er weiß genau um die Geschäfte des Papstes, die Sorgen des Papstes. Und da ist es ja auch irgendwie natürlich, dass aus diesem Büro dann die Nachfolger des Papstes gewählt werden, weil diese am engsten vertraut sind schon und am besten vorbereitet mit diesem Amt, mit dieser Last, mit dieser Verantwortung. Und so ist es dann auch gekommen. Zum Beispiel, gleich der Nachfolger von Pius X, Benedikt XV, Giacomo della Chiesa, er war Sekretär von Rampolla. Und das für lange Zeit. Und Dr. Hesse fragt sich zurecht, ob ihm für lange Zeit, ob ihm das Doppelleben von Rampolla dann über diese so lange Zeit im Staatssekretariat entgangen sein kann. Das ist die Frage. Man kann es nicht beantworten. Er kann es nicht beantworten und ich noch viel weniger. Aber Tatsache ist, dass Papst Benedikt XV, er war von der Lehre her brillant und wunderbar, aber von der Politik her schon liberal. Ob er, er hatte auf jeden Fall einen langen Einfluss von Rampolla, der sein Chef gewesen ist. Und es ist möglich, dass er auch dahinter gekommen ist, hinter sein Doppelleben. Das müssen wir offen lassen. Und gleich nach Benedikt XV geht es weiter. Pius XI, das war Kardinal, vorher Kardinal Achille Ratti. Da war es das Gleiche. Er war auch im Sekretariat des Rampolla und hatte einen Staatssekretär, Kardinalstaatssekretär Pietro Gaspari, der wiederum aus diesem Staatssekretariat kommt. Also der wiederum selber auch unter Rampolla gedient hat. Gaspari war von beiden Päpsten der Kardinalstaatssekretär, von Benedikt XV. und von Pius XI. und alle waren im Sekretariat von Rampolla gewesen. Und Pius XI., er hatte falsche Informationen bekommen. Also da war es schon möglich, durch den Einfluss der Freimaurerei auf höchster Ebene, dass die Päpste gedäuscht werden. Unter seinem Pontifikat kam es zu diesem Kampf der Christeros gegen ihre freimaurerische Regierung in Mexiko. Die Regierung der Freimaurer wollte die Kirchen alle gewaltsam mit Waffengewalt schließen. Und die Katholiken haben sich dagegen gewehrt. Die Christeros sind aufgestanden und haben zu den Waffen gegriffen und wollten das verhindern. Und Papst Pius XI. wurde aber durch seinen Kardinalstaatssekretär, Gaspari, falsch informiert. Man kann jetzt auch nicht sagen, also Dr. Hesse weiß es nicht sicher, ob Gaspari das bewusst getan hat, den Papst zu täuschen oder ob er selber getäuscht wurde. Tatsache ist jedenfalls, dass Pius XI. sich gegen die Christeros gestellt hat. Und als er dann draufgekommen ist, dann hat er bitterlich geweint wie ein Kind, wo er dann gesehen hat, was wirklich los war. Und dafür gibt es Augenzeugen. Dr. Hesse erwähnt zwei Augenzeugen. Und einer davon war sein Privatsekretär. Der Sekretär von Pius XI. war Carlo Confallonieri. Und dieser Sekretär bezeugt, dass der Papst bitterlich geweint hat, als er die Wahrheit erfahren hat. Also damals wurden die Päpste schon betrogen und belogen. Pius XI. starb 1939 und und dann folgte ihm Eugenio Pacelli nach als Papst Pius XII. Auch er kommt aus dem Sekretariat von Gaspari, wo vorher Rampolla der Chef gewesen ist. Also man sieht, wie sich diese Saat ausgebreitet hat. Rampolla kam als erster. Er war der Chef im Sekretariat des Papstes. Und er hat dann schon seine Lieblinge ausgewählt und gefördert und dadurch ein regelrechtes Mistbeet geschaffen für die nachfolgenden Päpste, weil von dort her dann die Päpste vielfach gekommen sind. Also war da schon eine Struktur entstanden, die die Päpste, wo man die Päpste eigentlich hinters Licht führen konnte oder manipulieren konnte und wo die Päpste selber gar nicht mehr frei waren. Sie waren selber aus diesem Sekretariat gekommen. Sie waren schon geistig irgendwie beeinflusst vom Modernismus, der ja im Sekretariat geherrschter Zeit am Poller dort der Chef geworden ist. Also da war eine Struktur schon im Staatssekretariat unter Leo XIII. entstanden. Und das hat alle Päpste nach Pius X. beeinflusst. Pius X. hat sich da ganz stark dagegen gestellt und das zurückgehalten. Auch sein Sekretär, Kardinalstaatssekretär Raphael Meri del Val, er galt als einer der entschiedensten Gegner des Modernismus. Kardinal Raphael Meri del Val, er war ein wirklich hochbegabter Mensch, er konnte 26 Sprachen in Wort und Schrift, stammte aus Spanien. Sein Vater war dann im diplomatischen Dienst in England und Raphael Meri del Val war die rechte Hand des Papstes und beide waren ganz stark gegen den Modernismus. Also Meri del Val, sogar er war im Sekretariat von Rampolla gewesen, aber er selber, er war sicher kein Modernist. Er hat sich da ganz stark dagegen gestellt, zusammen mit Pius X. Raphael Meri del Val, er war der Sekretär bei der Papstwahl 1903, wo Pius X. hervorgegangen ist. Und damals war er eben auch in dem Sekretariat von Rampolla tätig. Und als Prosekretär dieser Papstwahl, damals noch Bischof, wurde er dann automatisch zum Kardinal befördert, denn es ist der Brauch, wenn ein Kardinal zum Papst gewählt wird, dann rückt ein anderer wieder in das Kardinalskollegium nach und das ist dieser Prosekretär der Papstwahl. Und so wurde Meri del Val dann automatisch zum Kardinal kreiert und bald darauf, nämlich Giuseppe Sarto hat ihn ja kennengelernt, nie kennengelernt bei der Wahl und er war von ihm, er hat sein Vertrauen gewonnen. Meri del Val wurde dann sein Sekretär, er hatte das Vertrauen des Papstes. Und da man weiß, Papst Pius X. hatte die Herzensschau, er hat sicher wahrgenommen, dass Meri del Val kein Modernist ist. Ihn konnte man nicht täuschen. Das ist auch belegt aus diesen Unterlagen der Selig- und Heiligsprechung und es ist nachzulesen dem Buch von Dalgal. Es ist hochinteressant. Und ich berichte noch kurz die Daten, die ich mir notiert habe aus den Vorträgen von Dr. Hesse, die nämlich hochinteressant auch noch sind. Jetzt springe ich wieder zurück zum Pius XII. Er sagte persönlich zu Heinrich Trimmel, bei einer Heinrich Trimmel, ich kenne diesen Herrn nicht, aber Dr. Hesse erwähnte diesen Namen. Da gab es eine Privataudienz aus Österreich und dieser Herr war dabei und zu diesem Herrn hat Papst Pius XII. gesagt, ich bin der letzte Papst der alten Kirche. Also die Infiltration durch den Modernismus und Liberalismus war schon so weit fortgeschritten. Papst Pius XII. hat das ganz genau gewusst. Er ist der letzte Papst vom alten Schlag, wenn man es so umformulieren möchte. Der letzte Papst der alten Kirche. Er hat gewusst, nach ihm kommt keiner mehr, wie er ist von der Tradition, sondern einer, der vom Modernismus einfach durchdrängt ist. Da haben dann die Freimaurer wirklich ihre Rechnung aufgehen gesehen. Aus der ständigen Anweisung wissen wir ja, sie wünschen sich einen Papst nach ihren Bedürfnissen. Ein Papst, der so denkt wie sie. Da gibt es auch diesen Ex-Canonicus, der ex-kommuniziert worden ist, Roka, der das auch schon im 19. Jahrhundert gesagt hat, so wie die Alta Vendita. Er träumte auch von einem Papst, der eine modernisierte, eine sogenannte reformierte Kirche leiten wird und der so denken wird wie die Freimaurer. Also das sind keine Einzelfälle, sondern das war ihr Programm einfach. Und so weiß man zur Zeit von Pius XII. hauste damals schon in den Dikasterien der römischen Kurier das Gedankengut der französischen Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und diese Parolen prägen eigentlich das Zweite Vatikanische Konzil. Wenn man die Dokumente liest, dann findet man die Spur von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ständig wiederkehrend. Das ist durchdrängt von diesem Geist. Es ist schlimm, aber es ist tatsächlich so. Deshalb hat auch Pius XII. diese Enzyklik geschrieben, Humani Generis, wo er die Irrtümer, die sich damals immer mehr schon verbreitet hatten, verurteilte. Zum Beispiel Henri de Lubac, ein Neomodernist. Er hat dann auch das Zweite Vatikanische Konzil entscheidend beeinflusst. Aber leider hat der Papst nur seine Irrlehre und nicht seinen Namen verurteilt. Also da war der Modernismus schon weit vorgedrungen. Also diese Infiltration mit diesem Ungeist in der Kirche. Das sieht man auch nach Aussagen von Prelaten, nicht Prelaten, sondern Doktor Hesse. Sein Onkel war der Prelat Hesse, der 1935 in Wien zum Priester geweiht wurde. Und Prelat Hesse war eine große Persönlichkeit in der Wiener Diözese. Jetzt fällt mir auch ein, ich muss richtigstellen. Kaiserin Zita hat das zu Prelaten Hesse gesagt, dieses Geheimnis von Kaiser Franz Josef, dass er sichere Informationen vom Geheimdienst hatte. Prelat Hesse hat das gehört. Roncalli, der spätere Papst Johannes der 23. Er war schon als Prelat im heiligen Offizium verdächtig. Es gibt Dokumente, Aufzeichnungen im Vatikan. Er war schon verdächtig, eben dieser Richtung liberal, modernistisch. Und trotzdem wurde er als Nuncius nach Paris entsandt. Und als Pariser, ja als Nuncius in Paris wird er automatisch Kardinal. Das ist einfach eine Norm, so ähnlich wie das Oberhaupt von Mailand unbedingt Kardinal werden muss. Das ist eine Tradition. Und so eben war Montini später der Nachfolger von Johannes dem 23. Er wurde Erzbischof von Mailand. Montini und in den 50er Jahren und er bekam dadurch automatisch auch die Kardinalswürde und wurde später dann zu Papst Paul VI. Obwohl man auch von ihm wusste, so wie von Roncalli, dass er in seiner Gesinnung fragwürdig ist. Paul VI., man wusste, dass er kommunistische Tendenzen hatte oder mehr noch. Er hat die kommunistische Studentenjugend sogar angeführt seitens der Kirche. Er hatte eine kommunistische Einstellung und wurde dennoch zum Papst gewählt. Und das zeigt, dass die Unterwanderung durch die Freimaurer schon weit gediehen war. Soweit der Beitrag von Dr. Gregorius Hesse. Und nun möchte ich Ihnen noch ein paar oder die Aussagen von Weihbischof Schneider präsentieren, die uns das Bild noch ergänzen und vervollständigen, soweit es jetzt im Nachhinein möglich ist. Er sagt, Weihbischof Schneider sagt, es ist kein Geheimnis, dass der Nachfolger von Pius X., das war Benedikt XV., mit dem Pontifikat von Pius X. nicht glücklich war. Denn Pius X. hatte eine radikal-antiliberale Politik und Benedikt XV. hingegen, er hatte den Stil von Rampolla einer liberalen Politik. Und hier sagt der Weihbischof, eben Benedikt XV. war ein Schüler des berühmten Kardinals Rampolla. Er drückte es so aus, einer sehr geheimnisvollen Persönlichkeit, die mehr zum politischen Liberalismus neigte und der radikal-antiklerikalen und freimaurerischen französischen Republik jener Jahre nahe stand. Also das allein sagt er auch schon viel. Wenn ein geistlicher, ein führendes Mitglied des Vatikan der radikal-antiklerikalen und lieber, also der antiklerikalen Politik nahe steht, der freimaurerischen Politik Frankreichs. Also das meines Erachtens sagt das ja ohnehin schon alles. Und dann sagt der Weihbischof, er weiß nicht, ob Kardinal Rampolla ein Modernist oder ein Freimaurer war. Jedenfalls hatte er ganz klar einen Hang zum politischen Liberalismus. Und diese Haltung zeigte sich auch bei seinen Schülern, bei Rampolla und bei seinen Schülern, allen voran Giacomo della Chiesa. Das war Papst Benedikt XV. Man hat sich gegenüber der Welt anders verhalten plötzlich. Das war eine neue Politik. Und hier sagt der Weihbischof, was damit gemeint ist. Eine neue Politik gegenüber der Welt. Sie waren nämlich überzeugt, dass die Kirche politische Kompromisse mit der Welt eingehen muss. Also zuerst politisch, noch nicht lehrmäßig. Auf der Ebene der Politik hat diese Kompromisshaltung begonnen. Also politische Kompromisse. Und später dann, durch das Konzil hat es dann angefangen, auch lehrmäßig die Kompromisse einzugehen. Sie waren überzeugt, dass diese Haltung nötig ist. Und das hat eine weltliche Mentalität zur Folge gehabt bei den hochrangigen, einflussreichen Klerikern. Im Lauf der Zeit hat sich das immer mehr breit gemacht und eingenistet, diese Haltung, dass man die weltliche Mentalität angenommen hat. Benedikt XV. begann, die Politik zu ändern. Und ihr sagt der Weihbischof, nicht lehrmäßig, sondern praktisch. Also die Lehre ist noch geblieben, wie sie war. Aber die Praxis. Er hat einige Männer, es hat nämlich konkret so ausgesehen, er hat einige Männer in kirchliche Ämter berufen, die keine eifrigen Verteidiger des Glaubens waren. Das war sein politischer Stil. Er hat sich Männer ausgesucht, die nicht so apostolisch und evangelisierend und missionierend aufgetreten sind, also den katholischen Glauben nicht so hervorgekehrt haben, sondern sich einfach still gewesen sind, was den Glauben betrifft und ein offenes Ohr für die Welt gehabt haben. Diese Leute mussten zwar alle den Antimodernisteneid ablegen, doch einige haben das mit inneren Vorbehalten getan. Das haben historische Tatsachen dann belegt, einfach ihr Verhalten und ihre Entscheidungen. Und so hat mit Benedikt XV. schon eine langsame Infiltration von Geistlichen begonnen, mit einer weltlichen, etwas modernistischen Einstellung in hohe Stellungen in der Kirche. Da kann man also ganz genau nachverfolgen, Schritt für Schritt, wie diese Infiltration sich vollzogen hat. Angefangen mit Rampolla und dann ging es weiter. Es war etwas wie ein Eierlegen oder eine Saat, die da aufgegangen ist, eine, ich möchte fast sagen, eine Drachensaat. Der Modernismus und der Liberalismus sind ein tödliches Gift für die Kirche. Das kann man nicht als eine heilbringende Saat ansehen. Man muss sagen, es handelt sich um eine Drachensaat. Und diese Infiltration ist immer weitergegangen. Und besonders ist das unter den Theologen geschehen. Man hat solche Professoren an die Universitäten gerufen. Solche Leute haben dann die Posten besetzt des Lehramtes, wo die Geistlichen ausgebildet wurden. Wenn wir lesen in den Erinnerungen von Erzbischof Lefebvre, dann begegnet uns das gleiche Phänomen. Er hat in Italien studiert, bei den Vätern vom Heiligen Geist. Und auf seinem Seminar, er hatte noch einen sehr guten Regens, Pater Leflosch. Dieser Pater hat ihnen die ganzen Irrtümer vor Augen geführt, die Dokumente der Päpste und ihnen gezeigt, den Studenten, worauf sie achten müssen, wo die Irrtümer alle sitzen und was sie für verheerende Wirkungen haben. Und die französische Politik hat sich eingemischt in die französische Kirche und verlangt, es war nämlich von den Franzosen ein Seminar in Rom, von den Vätern vom Heiligen Geist, dass dieser Pater Leflosch entfernt wird. Und es kam ein liberal-modernistisch-denkender Regens nach. Und es war vorbei mit der Ausbildung der Kleriker. In diesem Sinn, dass sie aufmerksam gemacht wurden, wo ist die Wahrheit und wo ist der Irrtum. Also damals schon, das war um 1925, damals schon war dieser Ungeist stark, hat er sich ausgebreitet in der Kirche. Besonders bei den Theologen und besonders in den Seminaren. Und Papst Pius XII. sagt, Weihbischof Schneider, er musste eingreifen, weil es einfach schon ein solches Ausmaß angenommen hat. Er hat eingegriffen durch eine Enzyklika, Humani Generis, wie ich schon erwähnt habe, bei Dr. Hesse. Dort hat er bekannte Theologen der sogenannten Nouvelle Theologie verurteilt. Das ist die übersetzte neue Theologie, eben die modernistische Theologie. Das sind die Namen Genu, Congar, de Lubac und andere. Er sagt, Weihbischof Schneider sagt, dass seit dem Pontifikat Benedikt XV, also gleich nach Pius X, die modernistische Bewegung ständig zugenommen hat. Und so ging es ständig, immer mehr, immer mehr, also sind immer mehr solche modernistischen Theologen berufen worden, auf Professorenposten gesetzt worden und auf führende Positionen gekommen. So war am Vorabend des Zweiten Vatikanums daher schon ein beträchtlicher Teil der Bischöfe, also des Episkopats und der Professoren an theologischen Fakultäten und Seminaren von einer modernistischen Mentalität geprägt. Und das ist ja eine Katastrophe. In wenigen Jahrzehnten ist das vollzogen worden. Im Wesentlichen kam das zum Ausdruck im lehrmäßigen und moralischen Relativismus. Also die Lehre wurde schon abgebogen. Die Lehre war nicht mehr dieselbe. Da gab es schon Veränderungen. Und zwar in Richtung Verwältlichung, Liebe zur Welt. Am Vorabend des Konzils haben diese kardinele Bischöfe und Theologen schon das gedankliche Muster der Welt geliebt. Sie wollten der Welt gefallen. Und sie haben schon einen deutlichen Minderwertigkeitskomplex der Welt gegenüber an den Tag gelegt. Papst Johannes der 23. hat diesen Minderwertigkeitskomplex ganz deutlich gehabt und auch gezeigt, er wollte der Welt gefallen. Das war ganz offensichtlich. Weihbischof Schneider meint, er selber wäre nicht Modernist gewesen, aber hatte eine solche politische Art, der Welt gefallen zu wollen, bei allen gut ankommen zu wollen. Er bettelte sozusagen um die Sympathie der Welt. Er hat dann das Konzil einberufen und es wurde dann zu einem Schleusentor für die modernistische und protestantisierende und weltlich gesinnte Bewegung innerhalb der Kirche. Das war wie ein Dammbruch. Und er bezieht sich dann auch auf die Worte des Präsidenten Charles de Gaulle. Von 1959 bis 1969 hat er in Frankreich regiert. Und Charles de Gaulle hat einen sehr passenden Ausspruch gemacht über Johannes den 23. über diesen Reformprozess, der vom Zweiten Vatikanum ausgelöst wurde. Und er hat das genauso formuliert. Johannes der 23. öffnete die Schleusentore und konnte sie nicht mehr schließen. Es war wie ein Dammbruch. Johannes der 23. wurde überwältigt von dem, was er ausgelöst hatte. Also er selber hatte sich das anders vorgestellt. Er wollte das nicht so haben, dass der Modernismus einbricht und nicht nur einbricht, sondern die Oberhand bekommt. Er hatte ganz andere Vorstellungen, Johannes der 23. Aber er wurde überrannt. Und es war auch, es ist auch erwiesen, dass die früheren Päpste alle einen Abstand genommen haben von einem Konzil. Also Pius XII. und alle seine Vorgänger. Keiner hat sich über ein Konzil getraut, weil sie alle gewusst haben, dass die Gefahr zu groß ist. Die Kardinäle haben die Päpste auch immer gewarnt vor der Gefahr, dass das Konzil manövriert werden könnte. Dass die Presse dann von außen, die Massenmedien, das Konzil in eine Richtung schieben könnten, die sie gar nicht wollten, die nicht im Sinne der Kirche, nicht im Sinne Jesu Christi ist, im Sinne des Reiches Gottes. Aber Johannes der 23. war da irgendwie, mir scheint es persönlich auch ein wenig naiv. Und er hatte einfach Illusionen, wie es mir scheint. Er hat sich wirklich vorgestellt, dass da ein neues Pfingsten kommt. Aber er hatte ganz andere Vorstellungen als das, was ihn dann überrollt hat. Er hatte gesprochen von der Öffnung der Fenster. Und das war völlig irreführend. Es ist ja dann ein Dammbruch geworden, wie Charles de Gaulle so treffend gesagt hat. Im Lauf der Zeit, also der Jahre nach dem Konzil, gab das Schleusentor einer verheerenden Flutwelle nach, so sagt der Weihbischof Schneider, enorme Schäden in der Lehre, in der Moral, in der Liturgie sind die Folge gewesen. Heute haben wir eine gefährliche, also diese eingedrungenen Fluten haben heute eine gefährliche Höhe erreicht. Wir leben auf dem Höhepunkt einer Flutkatastrophe, so drückt sich Weihbischof Schneider sehr treffend aus. Und er bemerkt auch noch, seit Paul VI. begannen liberal-modernistisch eingestellte Geistliche mit einer weltlichen, karriereorientierten Mentalität in den Machtpositionen der Kirche vorzuherrschen. Das ist Faktum. Er sagt das sicher nicht so ins Blaue. Er hat das als Bischof sicher ganz klar die Information oder selber erfahren. Er sieht das. Seit Paul VI. herrschen solche Geistliche in den Machtpositionen der Kirche vor, mit einer weltlichen, karriereorientierten Mentalität. Und viele von ihnen waren und sind auch noch immer durch regelrechte klerikale Seilschaften miteinander verbunden. Also da sitzt einer oben und zieht die anderen nach, die so gesinnt sind wie er. Weltlich, ohne Glauben, vielleicht auch noch irgendwo in einer Loge ein Mitglied. Er erwähnt auch die Enzyklika von Papst Pius X. Paszendi. Das ist eine ganz herausragende und wichtige Enzyklika. Hier sagt Pius X. nämlich ganz klar, der Modernismus ist die gefährlichste Erscheinung der gesamten Kirchengeschichte und das, was wir heute haben, ist ja die Frucht des Modernismus, die volle Frucht. Bei der Pius-Bruderschaft ist man sich auch einig, Papst Franziskus, sein Pontifikat ist die volle Frucht, die ausgereifte Frucht des Modernismus. Es ist die gefährlichste Erscheinung in der gesamten Kirchengeschichte, hat Pius X. gesagt, der Modernismus ist das Sammelbecken, die Synthese aller Heresien. Aus allen Zeiten, also alle, die es gegeben hat, die es gibt und noch geben wird, da hat alles Platz. Wegen seines Relativismus und Glaubensmangels, da hat alles Platz, nur nicht die Wahrheit, nur nicht die überlieferte Lehre, die auf Jesus Christus zurückgeht, auf die Väter zurückgeht. Nur das nicht. Aber alles andere hat Platz. Alle Irrtümer, alle Glaubensschwäche, alle Verdunkelung. Der Modernismus hat sogar in lehramtliche Dokumente Eingang gefunden. Man denke an Amoris Laetitia, wo wiederverheiratete Geschiedene auch zur Kommunion gehen dürfen, das ist ihrem Gewissen überlassen. Oder Abu Dhabi, wo der Papst ein Dokument unterschrieben hat, demnach würde Gott selber die Verschiedenheit aller Religionen, die es gibt, ausdrücklich wollen. Also da sind eindeutige Irrtümer in Lehrdokumenten. Bischof Schneider ist überzeugt, heute hat sich der Schleier gehoben und der Modernismus hat fast sein gesamtes hässliches Gesicht gezeigt. Wenn die Krise in der Kirche vorüber ist, dann wird die Aufgabe anstehen, alle diese Phänomene zurückzuweisen, die heute im Leben der Kirche eine so große Rolle spielen. Und die Kirche wird es tun, denn sie ist göttlich. Sie kann das nicht ungetan lassen. Sie wird es mit Genauigkeit tun und all die Irrtümer richtigstellen, die sich angesammelt haben. Angefangen mit einigen mehrdeutigen Formulierungen in den Konzilstexten, meint er. Also es sind, ich bin überzeugt, ich bin nicht zum Fach, aber es sind nicht nur einige mehrdeutige Formulierungen, es ist das ganze Vatikanische Konzil. Alle Dokumente sind durchdrängt wie ein Schwamm von diesem Ungeist. Man kann diese Texte gar nicht so bestehen lassen, wie sie sind. Wenn man aufmacht ein solches Dokument und zu lesen beginnt, dann geht schon, dann nimmt man schon diesen Ungeist auf. Diese Formulierungen sind alle in sich so vergiftet einfach, so verbogen. Sie verdunkeln das Licht der Wahrheit. Man kann diese Dokumente überhaupt nicht so lassen, wie sie sind. Es ist meine Überzeugung, man muss sie völlig streichen. Man muss alles völlig neu aufsetzen. Weihbischof Schneider sagt, ich hoffe nicht nur, dass ein zukünftiger Papst oder ein Konzil etwas in dieser Art veröffentlichen wird, also das Zweite Vatikan, um richtig zu stellen. Er ist überzeugt, es wird die Kirche in ganz unzweideutiger Weise tun, wie das ja schon öfter geschehen oder immer geschehen ist in Zeiten ernsthafter Krisen. Die Wahrheiten des göttlichen Glaubensgutes klar zu lehren, die Gläubigen vor dem Gift des Irrtums zu schützen und sie auf einem sicheren Weg zum ewigen Leben zu führen, das ist das innerste Wesen einfach der Aufgabe des Papstes und der Bischöfe. Das ist ihr Amt, das ist ihre Verantwortung. Und deshalb ist er sicher, dass man nicht nur dieses Konzil und die Irrtümer richtigstellen sollte, sondern es wird geschehen müssen. Ein zukünftiger Papst muss das tun, so sagt er hier wortwörtlich. Ein zukünftiger Papst muss das tun, denn die Kirche ist göttlicher Natur und sie hat Irrtümer immer verurteilt. Ja, so viel zur Wahl des Freimaurers, zur beinahe Wahl des Freimaurers Rampolla und der schlimmen Saat, die er in die Kirche gestreut hat von an höchster Stelle, sodass die Päpste auch selber davon infiziert worden sind, wie der Willen, Nolens, Wohlens, mehr oder weniger und dieser zukünftigen Aussicht der sicheren Hoffnung, dass die Kirche selber alle diese Irrtümer wieder ausscheiden wird. Das Gift wird aus dem Leib Christi wieder verschwinden, es wird ausgeschieden werden. Und so wollen wir auch hoffen und vertrauen und beten für den Papst, für die Bischöfe, für die Theologen, in dieser sicheren Hoffnung, dass es geschehen wird und dass es bald geschehen möge, dass es eine vollständige Ausscheidung aller dieser schlimmen Irrtümer geben möge, die sich alle unter diesem Namen des Modernismus angesammelt haben. In dieser Zuversicht, in dieser Hoffnung und in dem Vertrauen auf das Eingreifen der Immaculata, die unsere Mutter ist, die der Schlange den Kopf zertreten wird, die allein alle Heresien auf der ganzen Welt besiegt hat, in dieser Zuversicht möchte ich Sie ganz herzlich grüßen und ich freue mich auf ein Wiedersehen mit Ihnen. Gelobt sei Jesus Christus!